hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf diesem kanal sofort ein gleiches netter heute sind wir wieder am start und zocken irgendwelchen vordern mit heute der gleiche versuch seine mythic seudberg karte ich versuche mythic seudberg zu bekommen aber jetzt erst mal mache ich hier ein paar super phänomenale pakete auf super epic packs super epic packs wir machen erstmal ein ganz normales pack opening und dann hoffe ich ich hoffe leute dass ich diesmal also ich habe durchaus die chance es ist nicht so dass die chance nicht da ist ich kann fünf packs aufmachen damit sind rein theoretisch rein theoretisch 75 dr seudberg fragmente möglich 70 bräuchte ich also ich kann es theoretisch haben das ist er braucht aber schon ein bisschen glück also drückt mir jetzt mal ganz solle die daumen eventuell gibt es dann heute einen mythic seudberg hier frau ich nicht und vielen vielen dank für deine motivation ja warum soll ich das erlauben er sofort wie er sind so was von 15 14 13 ich kann zwei mal 13 auch haben und einmal 14 und einmal 15 und 25 also rein theoretisch ist möglich darf nur fünf fragmente liegen lassen ich weiß die wahrscheinlichkeit ist gering ja aber aber manchmal geschehen ja auch wunder und wenn ich mir anschaue was ich hier von schrott sie dann muss es ja da klappen also das kann ja eigentlich so nicht genügend challenge coins mehr so jetzt gehe ich erstmal die messages sein wir machen jetzt mal richtig hier baller 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 nur mal gucken von wo aus kann ich denn überhaupt anfangen ja da kommen ein paar zusammen hast du das letzte mal deine belohnung eingesammelt das ist schon ein bisschen her wie du siehst da sind wir durch da da zum glück geht es ja auf diesem neuen weihnachtstablet das er bekommen hat meins wohl ja ja aber das ist alles ja es ist sein er hat er hat jahrelang meine beiden benutzt und jetzt wenn nur weil ich jetzt mal für ab und zu mal videos für seinen kanal den er sich gewünscht hat ja mal hier das mache dann muss ich mir bitte und wenn nur bitte immer dein neues tablet bitte bitte meinen meine tablets sind so langsam bitte bitte her sofort gibt mir dein tablet ich sterbe wenn ich dabei zugucken wie das alles rumleckt bitte macht ihr was sie macht ihr was sie kommt auf macht den was ich brauchte es was jedes mal hier ehrlich war unglaublich die kinder von heute die sind schlimm wirklich schlimm die kinder heutzutage ein anderer vater weiß würde hingehen alter kriegst gleich auf die frist zu finden getäppelt oder oder dicke lippe sowas würde ich niemals machen sowas würde ich natürlich niemals machen nein den mache ich nicht vergiss es mache ich nicht so gleich hat sich ganz so anfangen also das ist angefangen haben diesen tieren als er sich den waschbär aus weil er am coolsten ist meine anfang hat er gesagt der rote ne der schwarze red panda und dann bin ich drauf gekommen das ist doch ein waschbär das ist doch kein wet panda das ist ein waschbär ja 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 bis heute bist du ein waschbär bis heute bin ich der waschbär ich bin der waschbär ich war der waschbär immer ich werde der waschbär immer sein gucken was ich alles noch ab hier ich habe steine da unten ist gut ich krieg steine zusammen ist gut ist gut gut schreibt mal hashtag waschbär in die kommentare machen sie sowieso nicht ich weiß trotzdem jedes mal ist ein aufruf schreibt mal da rein keine ahnung und keine sau interessiert ist schon manchmal frustrierend manchmal ist es wirklich frustrierend naja so ja jetzt mal wieder ein paar mehr videos hier am start ich hoffe wirklich ich hoffe dass es das wäre geil mythic solberg holy shit wer das ist gerade der arbeitet warum brauchen wir keine ahnung weil ihr müsst euch überlegen dass ich jetzt gerade 24 gb ram drin habe den ich gekauft habe und normaler rechner 8 gb ram hat und meine rate trotzdem wird wie sonst wird oder extrem viel zur verfügung hat ja gut da muss er jetzt hier von dem von der videoaufnahme muss er jetzt auf die festplatte schreiben ja das hat ja jetzt das hat ja nichts mit dem ram zu tun dass er rattert es rattert ja nicht der ram der wettering ram der wettering ram was denn das mache ich nur zu euch gleich was denn tiki was los übrigens leute hat sich vorhin ein spiel rausgesucht für uns beide was wir aufnehmen können weil er sofort keinen bock mehr auf fortnite hat ja ist richtig ist richtig er hat keinen bock mehr auf fortnite fortnite zu scheiße geworden ja ist das so leute und deswegen kommt zurzeit auch fast keine gameplays einfach aus dem wobei ich es als zeitextreme gespielt und ja gleich kam dann an weil ich habe ihn zum auftrag gegeben suche mal einen shooter raus kommt er mir mit einem spiel an wo man in einer arena kämpft und ich denke mir so oh cool das sieht eigentlich ganz cool aus ich lade mir das runter ja du aimst ein einziges mal auf den gegner und du kannst einfach dein tablet loslassen weil er dann von automatisch weiter schießt und aimt und jeden schuss das beste für mich ja das beste für dich überhaupt besser geht es glaube ich du brauchst auch gar nichts zu spielen oh wir sind schon am 4.1. guck mal wie schnell es auf deinem tablet geht weißt du es geht eigentlich nicht besser als nix das ist schlechter ganz ehrlich was bringt denn das wenn du da die ganze zeit wenn du von alleine also wenn du das spiel von alleine schießt und auch von alleine aimt dass du überhaupt einen shooter spielst dann kannst du auch irgendwas jump-run-mäßig spielen und nix tun aber Herr Gleich das war ein gutes spiel ich fand die idee doch toll und Herr Gleich hat übrigens noch eins rausgesucht vor zwei tagen oder drei tagen das war genau das gleiche sorry da kann ich doch nichts dafür Leute weißt du es ist halt so ich darf ja nicht alle shooter spielen und Herr Gleich ich habe dann zu Herr Gleich gesagt der soll mal einen coolen shooter raussuchen wo wir denn auch aufnehmen können quasi für euch und dann kommt er mit sowas so also wie viel platz habe ich denn jetzt hier genug 360 so da kaufen wir erstmal hier karten Mathe Genie da sieht man auch was wo ich das letzte mal drin gewesen bin was holst du dir denn jetzt erstmal die packs oder was ich mache jetzt ein normales pack opening und dann als finale überraschung überraschung steht im titel Musik Seidberg freischalten Fragezeichen Fragezeichen Ja aber was weiß denn keiner ob ich es geschafft habe oder nicht Ja dann kommt die überraschung dann kommt die Überraschung das ist meine Überraschung ja ob ich es schaffe oder nicht Überraschung ob wir den Seidberg aufmachen oder nicht nein ob man bekommen oder nicht das ist die überraschung dann schaffen wir ja genau sie vielleicht ein bisschen eher so aus wie du in deiner schnee schneetiger version das ist das weiß der tige in deiner was weiß ich was nennt sich auch weißer tiger ein weißer tiger wie viel habe ich noch 138.000 so ein pack muss wie das ja immer noch nach wie vor dieser tolle back so da kannst du dich beschweren guck mal die schaffen das nach so langer zeit nicht solche fehler der fehler ist seit anfang an da ich hoffe es nicht dieser fehler aus genau gleiche fehler sein aber ein durchwendig packen kann das ganze zeit ist ein bisschen was anderes als hier einfach nur so war es da nein das ist das ist in der schule ist in dem schule bauen kannst du weiter geht's dann gucken wir hier noch mal rein hier müssen wir jetzt noch mal oh ja es muss nur bei zehn minuten ja sonst macht es ja keinen sinn was macht keinen sinn pack opening nur fünf was weiß ich so wenn schon denn schon das kommt auch wirklich gar nichts bei rosen es kommt auch wirklich nichts bei raus hier stems und sieht oh mein gott wie kann man nur so viel schrott ziehen alter jetzt gucken wir noch mal hier bei den ok golden turds golden turds leute golden turds chris gemälde die erste legendäre verzögerte zweite legendäre so okay die einfach alles verzögert ist so ein bisschen normal so zwei legendäre hammer bis jetzt nur von deinem tablet das hat jetzt mit dem tablet nichts zu tun so zwei legendärer gott ach so leute ich bin immer noch am strand oh gott und der gleiche sind wir noch in der wüste wieder ich war gestern in rom ja und vorgeste warst du bei deinen kollegen so alter das kann doch nicht sein nur zwei legendäre alter ich drehe durch nein du darfst die ansage nicht machen guck mal du musst da vorne auf dem bildschirm gucken muss die leute das sehen servierten kunst wenigstens eine noch auch wenn es nicht gerade peter's drawing ok jetzt habe ich wenigstens mal jetzt hat es auf mich gehört hier vier legendäre so jetzt noch mal schnell hier rein gucken was haben wir noch hier 15 greater epic stones da kommt stimmt auch noch was bei raus die kraftsteine passen ne die mache ich auch nicht auf die sind unnötig mache ich auch nicht auf den schwarot mache ich nicht auf die sind halt so unnötig scheiß ich muss mein mein charakter und noch trainieren er ist fertig egal mache ich nach dem pecker um die kraftsteine passen und leute sagen ich schreie rum bei der gleiche kennt die leute die aufnehmen auch ihr kennt bestimmt diesen mikrofon backen er ist bei uns rot alles nur blau 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 scheiße warum bin ich aus der kamera raus warum bist du jetzt da du hast mich gekapert ist alles blau servierten kunst die kann ich ja bestimmt quasi wissen weil die habe ich nämlich eigentlich schon ich glaube die habe ich sogar gefühlt dann kann ich sofort füßen also egal so schlecht also ich weiß es nicht ich meine so viel pech wie ich jetzt habe muss ich ja gleich richtig glück haben fugenpistole so jetzt haben wir hier noch fünf legendäre karten ein leon petard irik lobster tom landry middle school barbie und james wo zeichn so die ausbeute war jetzt eigentlich gar nicht so schlecht gewesen jetzt müssen mal jetzt 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 ist es soweit jetzt ist es soweit leute drücken die daumen dr seudberg 19 minuten zeit so ich kann mir fünf stück holen und rein theoretisch wäre es möglich dass ich schaffe wir gucken jetzt mal was passiert also 12 12 oh mein gott das fängt schon richtig scheiße an jetzt noch mal zwölf zieht das wohl an jetzt habe ich es schon verkackte jetzt habe ich es mir jetzt habe ich es mir verkackt hier 10 und 10 15 es ist so scheiß knapp mach mal irgendeinen free ding heng herrlich acht stück macht irgendeinen free ding das schaffe ich doch nicht mal 10 hol dir gems hol dir gems für 5 euro da hast du mir auch in der box du konntest es schaffen ja gleich hol dir für 5 euro gems hol dir für 5 euro gems nein? oder hast du es verkackt? ja ich habe es jetzt verkackt acht? willst du dir die echte gehen lassen? acht stück? ja was meinst du ernst? ja ich habe es jetzt verkackt ich habe es verkackt ich habe es verkackt ich habe es verkackt du willst jetzt echt gar nichts mehr machen? ich habe es verkackt jetzt du willst ernsthaft? ach mal das würde gar nicht reichen ne es würde nicht reichen was ist bei den free jam angeboten? gucken wir gleich da gibt es nichts momentan ich kann nichts in 10 minuten machen was soll ich machen? installieren irgendwas weiß ich meinst du oder was? nein nicht das ist doch ein video oder? nein oh ist es okay ja das ist doch scheißegal so ähm zwei fünfer star heroes so ein in-app kauf durchführen keine chance kriege ich jetzt nicht mehr zusammen wikings level 10 das ist wieder dieses wo du eine woche lang rum machst oh mein gott tja ich würde sagen verkackt na gut hä? was ist das denn? magic jigsaw puzzles 2026 ein in-app kauf durchführen ein in-app kauf durchführen ja magic jigsaw puzzles 6734 ein in-app kauf durchführen ja stell mal vor wenn es da in-app kauf gibt für nur 1 euro oder so das ist ja geil oder für 8000 gems 9000 gems müssen wir mal schauen ey würdest du dir das ernsthaft kaufen? ey für 1 euro 8000 gems würdest du das machen? ja das ist sowas anderes really? 8000 gems für 1 euro und? was ja und willst du nicht pay to pay to na das ist ja dann na komm hab ich ja nicht in das spiel reingesteckt was? das habe ich ja dann nicht in das spiel reingesteckt sondern ins puzzle hahaha so leute ja wenn es euch trotzdem gefallen hat oder für 5 euro wäre auch ein gutes angebot oder? komm ich jetzt hier bitte zurück kein gleich für 5 euro wäre auch ein gutes angebot oder? wenn ich es äh so ich guck jetzt glaube ich die servietten kunst wir gucken mal ganz kurz in die ausbeute wir gucken mal ganz kurz in die ausbeute Alter was ist? nein nein aufhör auf hör auf hör auf nein hör auf was? so ich lass mal kurz in die ausbeute reinschauen so was habe ich überhaupt bekommen hier muss ich in den legendären reingucken oh da ist der Karte ja der bändet genau so bände 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 was ist das? Dale Karte gleich Bobby 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 habe ich ja schon einmal maxed den habe ich ja auch bekommen so was habe ich noch? Chris Gemälde habe ich bekommen Karte das ist noch eine Karte von dir ja ne Chris Gemälde habe ich bekommen so die heißt bei euch in deutschland Fugenpistole mhm willst du mich für Apple? nein Fugenpistole ne Hank Hill willst du mich für Apple? den habe ich schon gemerkt Fugenpistole mhm das Spiel schätze nicht auf englisch nein oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott Leon Petard stimmt mal ab oder schreibt mal die Kommentare wie ob er gleich seine Sprache auf englisch verändern soll alter hat sich hier irgendetwas auch nur irgendetwas für mich gelohnt Peters Drawing kann ich kann ich fugen toll irgend irgendwas Sinn gemacht ja ich könnte Roger nochmal er könnte auch vorher schon quad fugen nochmal hat sich sonst irgend servierten kunst nein 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 es hat sich aber auch gesch- es hat sich aber auch gar nichts ein- leck mich verdammt das- das ganze Peck Opening war für'n Arsch nee jetzt brauchst du noch 8 Fragments damit- ich brauch noch 8 Fragments leck mich ja jetzt ist aber ein bisschen besser gespielt dieses Bogen glaub ich jetzt hättest du es auch geschafft ich versuche scheiße verdammt da hat sie es kam mir jetzt gar nichts bei rum nee Peters Drawing kann ich bei mir glaub ich 4 Wesen toll toll das hast du glaub ich gar nicht heute bekommen doch nö doch hab ich bekommen hast du? ja hab ich bekommen eine davon also wenn es dir sohnliche Video gefallen hat dann würd ich bis dahin bei der Kamera auf und bis dahin und tschüss tschau